moin moin leute ein neues video von eurer geliebten uhr 444 oder 444 wie auch immer ihr es möchtet ist euch überlassen ich habe mir agents auf merhem gekauft ich fand hier aber spiel gutes grafik ist schon nicht die beste zu sein von den trailers nicht gesehen habe aber ich guck mir den ersten trailer an fängt so ein auto an kommt die nightrider musik ist so geil nightrider und mal weiter gucken zweite trailer war ganz normaler ein bisschen musikhintergrund und der dritte trailer die ich angeguckt habe der dritte trainer boah der dritte trainer einer meiner lieblingsserie gekommen die mucke a team also die abmucke die habe ich so reingerissen dass ich das spiel für den knapp 10er mitgenommen habe nur für den 10er kann man nicht meckern so sieht das aus deutsch ab 16 pg ab 18 das sieht jetzt nicht wunderbar spektakulär aus ganz normal aber die trailer fand ich schon von der mucke her gut so sieht sich hier von der seite aus wo ich vorhin zeige es braucht 35 gigabyte platz kann man auch eine internetfunktion ob die person pro das irgendwie besser aussehen hat unterstützung von der psp man kann irgendwie die psp damit anschließen open world ist das ich habe die d1 zuerst noch einen cook bei den habe ich rausgenommen da kann man irgendwelche extra sachen noch runterladen die dabei waren das spiel ist aber auch schon etwas älter über zwei jahre ich hatte nie was davon gehört ich habe gesagt nehme ich jetzt mal mit für den 10er also bei der mucke bei der a team mucke im trailer alter da habe ich mich so gefreut das war aber ein art in fern und ja einfach nur bombe was haben wir zu sagen ich werde es testen ob es gut ist oder welcher sehen ob das mich jetzt so mitnimmt das spiel oder mich abschütten lässt oder mich abschütten lässt oder mich abschütten lässt also mich kalt lässt gut gesagt ja das wollte ich euch mal zeigen und jetzt heißt das wie immer schaut doch mal in nächstes video was kommt oder wenn ihr noch die alten videos noch nicht gesehen habt schaut doch mal die alten videos an ist auch nicht schlecht ihr könnt gerne ein abo da lassen müsst ihr aber nicht wäre nett aber auch es freut mich immer und haut rein bis dennne und auf wiedersehen und jetzt wird die camp ausgemacht dann kann ich ja schön jetzt auf toilette gehen pinkeln meine blase drückt und jetzt